Oh man Naja egal, ich denke mal so ziemlich, das war's hier Ich seh... Ein Automaten, ja Standardkram, hab ich nicht Ja gut, dann würde ich sagen Gibt's hier nicht viel mehr zu tun Oh, da will ich hin, da will ich hin Ja, ich weiß nicht was Das ist ja gut, ja Mensch, genau Hä, wie, was, achso, ah Okay Kuckuck Das ist es, das ist deine Bewegung, Daisy Es muss sein Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut Schneidet man es ab Wächst es einfach wieder nach Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen Nur so ist man... Oha Liegt wohl in der Familie Wie ist sie? Schuten Oh, trösten Okay Ich würde sagen, als allererstes gehen wir hier rein und holen uns Jawohl, ja Die Qual der Wahl, was Also Schild finde ich eigentlich richtig geil, wenn man das auf so einer hohen Stufe hat Schon echt nice Salze ist natürlich, kann ich mehr Kräfte einsetzen häufiger Ich denke, ich mach mal Gesundheit Perfekt Ne? So Oh Weiteres Voxo-Dinster Fits Ryan Wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst Schick das nach New York Die kriegen die Kleine nicht Egal wer sie sind Vielleicht hab ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft Aber letztendlich Macht das nichts besser Anna Anna Es tut mir leid Okay, also hat Auch der Booker in dieser Zeit irgendwie Naja, gemerkt, dass er quasi mit der Revolution Fehler gemacht hat Wahrscheinlich ist sie doch nicht wirklich besser gewesen als Komm Stock Oh, und in der In dem Revolver mit sechs Kammern sind neun Kugeln drin Da ist sie drin? Ja Ja, Moment Erst nochmal kurz hier Gucken, ob ich noch Nicht noch irgendwas hier mir schnappen kann Aber sieht nicht so aus Deswegen Kümmern wir uns mal um Elisabeth Wieso kommst du nicht da raus? Was machst du da drin? Okay, einmal noch Und wenn da nichts passiert, einfach kurz setzen Okay, kann ich nicht mehr Dann kurz setzen Ziel festlegen Aha Ab nach Paris Oder? Ich meine, ich kenne jetzt nicht die Koordinaten Elisabeth Sie hatten nur das Hör zu Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht Man lernt eben damit zu leben Also, der Moment der Wahrheit New York Oder Paris Nein, 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 nein Scheiße Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schnell hat Buraka, Alex Aha Okay Wow Wurden ein bisschen rumgeschleudert hier Emporia Der Vogel und Elisabeth haben eine Art Verbindung zueinander Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen Probieren geht über Studieren Das ist es nicht Doch, bestimmt Okay Doch Nein Da, versuch's noch mal Okay Oh, die kennen wir doch Wir müssen sie stoppen Ja Nein, das ist das E Nein, das ist es bestimmt Nein Nein Doch Nein Oh Gott Noch eine Aufhören Hört auf Ihr wisst nicht, was ihr tut Ich glaub, die wissen ganz genau, was sie tun Jetzt habt ihr's geschafft Er kommt zurück Er kommt zurück Wir sind da Wo wir gebraucht werden Und werden gebraucht, wo wir sind Comstock benutzt also diese Songs Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten sie den Maestro selbst fragen Und wo ist er? Natürlich Ja Wenigstens ist das Piano noch da Da schieben wir mal kurz das Piano hier Sehr nice Elisabeth hat ihr Aussehen geändert Das ist Comstock House Verändert Dort sollten wir anfangen zu suchen Wo wollen diese Leute hin? Dort sind, wo es keine Box Populi gibt Mach die Augen zu uns streng Ich hasste es Geld Juhu Nein Oh ja Tja Das sind die Folgen einer Revolution Ne So, erstmal wieder hier Alles looten Was geht Gesundheit wieder voll Jetzt sind die da auch weg Okay Wo auch immer die jetzt hin sind Wow Okay Moskito Deckung Da hinten scheint es zum Kampf zu gehen Dann Erstmal hier Ich hab Geld gefunden Juhu Ich hab nichts getan Was hast du da Geld, sag ja Was ist das? Ein Knopf Bam Bam Los 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 Okay Okay Ich hab nichts getan Ich hab nichts getan Ich hab nichts getan Munition Hier Juhu Alter Was geht mit dem ab? Wo war hier der Moskito? Der schwirrt hier doch irgendwo rum Ach Scheiße Bam Zack Na dann Na dann Schon dabei Oh 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 Bam Alter Schwede Alter Was haben die denn für Waffenheilige Scheiße nochmal Die machen mir ja richtig Damage Tja vielen Dank Elisabeth Na dann Schon dabei Bam Umgenietet Oh Zack Ist der hier? Jupp Der steht nicht nochmal auf Alter Schwede Wie schnell die mein Schild unten hatten Ey Wie heftig Ist jetzt wohl so mehr oder weniger Zweite Hälfte des Spiels Würde ich mal behaupten War so der Wendepunkt in der Geschichte Meinst du Der wollte das alles? Und du Elisabeth hat Äh Die Fitzroy Ne Wie heißt sie noch? Daisy Fitzroy Doch Hat sie getötet und Wahrscheinlich sich dadurch ein bisschen verändert auch Deswegen auch das verändert auch Sehen Würde ich jetzt mal behaupten Wasserlache Warum? Achso um zu schocken Oder was Naja Gut Da müssen wir rein Jupp Dann gehen wir da doch gleich mal rein Guckt doch nochmal ganz kurz Ja Ich glaube auch das war's Dann würde ich sagen Bist du so freundlich? Was ist das mit diesem Song Der Vogel ruft Das war immer so Als kleines Mädchen habe ich Ihn immer gern gehört Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn Er fütterte mich Brachte mir Bücher Er war Mein Freund Freund Bis ich größer wurde Dann hasste ich ihn Weil er mein Wärter war Aber er ist nur Comstocks Geschöpf Genau wie ich Bitte Vielen Dank Oh Skalpiert wurden die Seh dir das an Alter das Gesicht halt weg Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock Oder? Wenn Volkes Blut ist mal in Wallung kurz Beruhigt es sich nicht so schnell Das hier klebt an unseren Händen So Moment Benter ist nichts Ne gut Leitern hoch Kann ich Leitern hochsteigen? Fertig Juhu Zack Ich bin hier unten Zack Lockpick Herr damit Was haben wir da? Neue Hosen Der letzte Mann Wenn deine Gesundheit sehr gering ist Erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit Was habe ich jetzt gerade noch gleich? So Probieren wir mal die neuen Hosen aus Mit Gesundheit Ist ja jetzt etwas Vom Schwierigkeitsgrad her Angestiegen Also die machen wesentlich mehr Schaden Auf jeden Fall So Kann ich dahinter Irgendwie Kannst du dir das mal ansehen? Eine Sekunde So Während sie sich das ansieht Was haben wir denn hier? Bronkobus Soghilfe Uh Erhöht die Anzahl Schwebezeit Aber ich will Waffen Upgrades Mir Darauf speichert Na Keine Salz am Pulle Da haben wir es Juhu Geld So Damit Äh Kann ich mir hier immer noch nichts kaufen Ne Gut Leer Oh Kein Geld im Mülleimer Schießeisen Schießeisen Liebte Liebte